Hallo Fans, schaut euch an, was Oliver Kahn über den BVB gesagt hat. Aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Halt sind. Zurück zum Thema. Auf Kicker hat sich Bayern-Legende Oliver Kahn nun zum Trend der jungen Trainer geäußert. Zunächst erwähnte er den positiven Aspekt der Entwicklung, junge Trainer sind neu und noch leer. Bei älteren Kollegen gibt es immer wieder Punkte, die nicht optimal in den Kader und den Verein passen. Und junge Trainer, davon sind einige überzeugt, passen besser zu jungen Spielern. Insgesamt ist er jedoch skeptisch gegenüber dem, was vor sich geht. Auf die Frage, ob die Annahme, dass junge Trainer besser zu jungen Spielern passen würden, richtig sei, antwortete der ehemalige Bayern-Torwart, ich wäre sehr vorsichtig. Als Gegenbeispiel nennt er Carlo Ancelotti, 65, der mit Real Madrid den BVB im Champions-League-Finale besiegte, 2 zu 0. Er beweise den Wert von Erfahrung, insbesondere in großen Playoffs, sagte Kahn. Darüber hinaus hat ein junger Trainer mit wenigen Erfolgen Schwierigkeiten, sich in einer Mannschaft mit vielen Topstars durchzusetzen. Schließlich hat Nuri Sahin wie auch Xavi Alonso als Spieler bereits einige Erfolge vorweisen können. Mit Borussia Dortmund gewann er einmal die deutsche Meisterschaft und einmal den DFB-Pokal. Mit Real Madrid wurde er spanischer Meister und mit Vienort Rotterdam gewann er den niederländischen Pokal. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung und ein Abschied. Und das ist eine Umrüstung. Und das ist eine Umrüstung. Vielen Dank.